Jetzt kommt das... ASCHU! Oh, nein! Der hat mir leckerer Tipps rein. Oh, ich gehe da in den Raum. Komm, dann wird er wohl noch irgendein Pfosten dabei sein, der hier mitspielt. Boah, der hat ein cooles Emblem. Der Rohr war Ümo. Keine Ahnung. Oh, ja. Oh, ja. Tenten! Sind wir alle unbefriedigt, ey. Totale. Was ist denn da jetzt, ey? Kann man nicht irgendeinen einladen? Haben wir denn noch irgendeine Freundesliste? Sorka. Das ist ein Lymex. Ah, der Luke, der sagt ja so an seinen VLAN-Router, da ist er wieder geschissen, oder? Ja, wir haben schon so oft gesagt, er kann sich Teile für seine Dreckskarre leisten, ne? Aber einen neuen Router kann er sich nicht leisten. Ja, hallo ey, Dreckskarre, hallo. Ja. 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 Ja.